Innovation entschlüsselt die langgehüteten Geheimnisse der Wälder. Tief versteckt unter der Rinde von Bäumen verbergen sich zukunftsweisende Lösungen. Wir können die Zusammensetzung von Bäumen auf eine Weise nutzen, die wir nie für möglich gehalten hätten. Schädliche Kunststoffe können jetzt durch biologisch abbaubare Alternativen aus Holz ersetzt werden. Wir können Grafit und seltene Erdmetalle in Batterien ersetzen und neue, nachhaltige Fasern herstellen, die die Modeindustrie revolutionieren. Mit neuen Technologien entwickeln wir ständig neue, nachhaltige Materialien aus Bäumen. Von Materialien, die uns heilen können, bis hin zu jenen, die uns einen Platz zum Leben und Arbeiten bieten und gleichzeitig Kohlenstoff binden. Drohneninnovationen verändern die Art und Weise, wie wir unsere Wälder bewirtschaften und schützen. Sie helfen, Waldbrände zu erkennen und zu bekämpfen und sie tragen zum Schutz der biologischen Vielfalt und empfindlicher Ökosysteme bei. Wälder – neue Lösungen für eine bessere Welt. Redaktionetta Redaktion bei Wirklichkeit Spinde